Uiuiui, guten Morgen. Uns ist natürlich schon wieder kalt. Ähm, warte. Ähm, kochen. Das ist kühlendes Getränk, wärmendes Getränk. Nehmen wir sicherheitshalber beide mit. Trinken wir mal einen. Wo ist er? Hier konsumieren. So, das heißt, das, das, das kann mal alles rein. Das hier, das hier, das hier. Ach so, Essen hätte ich jetzt. Das kommt natürlich wieder raus. So, gut. Dann schauen wir mal. Hier ist nichts. Die sind gewachsen. Alles einsammeln. So, und jetzt müssen wir hier halt noch warten. Äh, ich lass das jetzt erst mal so. M-m-mal schauen. Ähm. Hier ist auch nichts fertig. Okay. Gut, dann gehen wir als erstes gleich mal zu unseren Tieren. Sagen wir mal guten Morgen und hallo. So, du wirst ermutigt. Warte, ich muss bei mir ein bisschen höher schalten. So. Hier können wir uns auf jeden Fall auch noch welche holen. Oh. So. Zwei Stück fehlen uns nämlich noch. Ja. Ich glaube, das werden wir dann gleich mal machen. Das wollte ich nicht. Einsammeln wollte ich. Hier. So, dann. Wenn ihr wollt, dürft ihr rauskommen. So, okay. Dann würde ich tatsächlich hier so zehn Stück machen. ein Topass-Siegel. Bin ich unsicher, ob wir den jetzt schon haben. Weil wir haben auf der Karte eins, zwei, drei Stück erst. Und ich glaube, der schaurige Wald, da wird der Topass reingehören. Okay. So. Gut. Komm her. Ich nehme mit. Das. Nehmen wir auch alles mit. So. Ich würde gerne ein Tier kaufen. Und zwar nehmen wir ein Gaggri mit nach Hause. Ja, lassen wir gleich so. so. Oh, eine Schnecke. Ups. Dann brauche ich doch noch wärmende Getränke auch noch. Okay. So, wir registrieren dich. Okay. Okay. Dann wirst du ermutigt. Komm her. Wieso geht das jetzt nicht? So, warte, 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 warte. Getränke. Hm. Machen wir vier Stück. Dann holen wir uns noch so ein Wollhieschen. Oh, du kommst auch noch mit. Und dann schauen wir uns das hier noch an. Aber gewüppelte Wurzeln. Ähm, brr. Das nehmen wir mit. Ja. Und was kostet es, wenn ich sage Bug verbessern? 1.500. Butter für 10 Tage fassen kann. Okay. 1.500. Gut. Schauen wir dann mal, was wir verkaufen können. So, die kommen hier rein. Sonst haben wir nichts. Und hier. Er kriegt jetzt noch was zu fressen. Dann kriegt er noch seine Streichleinheiten. So, das heißt, hier sind Woll. Ähm. Wie? So geht der jetzt nicht? Okay. die gewürfelte Wurzeln. Bring mal alles nicht zusammen. So, das heißt, die zwei Sachen können wir verkaufen. Die hier sowieso. Und das... Wo ist es jetzt? Hier. 50. Die darf ich natürlich nicht verkaufen. Die Eier können wir weiterverarbeiten. bisschen hier drin. Die sind hier drin. So. Gut. alles rein damit ja viel ist es nicht was wir kriegen aber es ist immerhin ein bisschen was okay so wo kann ich denn ich weiß es nie meine angel und das also die angel weiß ich aber mein kescher wo ist der typ mit seinen bienen ist der nicht auch da hinten irgendwo bei hier wahrscheinlich ja es kalt ich weiß da ist er schauen wir mal so laden genau er hier ist der mit dem kescher warum ach so weil ich das geld nicht habe ich hätte auch gern bienen stöcke zu hause genau die sardinen können wir mal runter geben bevor ich die wirklich alle unabsicht ich wieder verarbeite die siegel und hier war da alles mitgenommen jetzt kann ich nur mit die sache machen die ich angepflanzt habe so dass das kommt rein da haben wir fünf stück dünger kann man reingeben die kann man reingeben was ist das eigentlich noch für ein ein graviertes eisensiegel ein graviertes eisensiegel dings pupass siegel jetzt habe ich aber unten keinen platz merke oder nee ist alles voll okay dann möchte ich in den schaurigen wald ob man da den pupass den einsetzen kann das siegel wäre schon nicht schlecht schau mal müssen wir eh hier hochkommen hier wo ist das wo ich das siegel einsetzen kann hier ein pupass siegel okay es ist aktiv das heißt wir haben die mal die man so eh mal nutzen können okay dann gehen wir die sardinen schnell ab und hier brauche ich glaube ich das siegel auch nicht mehr das heißt könnte ich auch verkaufen so dann kriegst du deine drei sardinen dann brauchen wir nur noch 20 gewüftelte wurzeln aber das dauert noch ein bisschen ja die ist so kalt so dann warte mal ganz kurz inventar inventar im zauberstab kann ich den nicht auch irgendwo aufwerten aufbessern was ich mit dem mach weiß ich auch noch nicht da haben wir noch nicht wirklich was okay das heißt die die kommen hier hin das ist mir alles zu ver- ah das das weiß ich dann eh hoffe ich gut ja hi hey hallo natürlich ist es schön für etwas zu brennen ich glaube die interessent interessantesten menschen haben etwas das sie wirklich begeistern wie ein staub haben wir nicht hey komm hier kommt die legende es ist wichtig in vorm zu bleiben da gibt es gibt da draußen so viel zu entdecken haben wir irgendwo eine quest was man annehmen können nee nicht ok oh no ich krieg den nicht verdammt so hier ist auch nicht so dann holen wir uns da den fisch raus dreh dich um ich hoffe sie bricht jetzt nicht ab nur weil ihr kalt ist ich hoffe oh no jetzt habe ich sie gesehen ah jetzt oh komm ein schwarzer amor ist jemand hier jetzt achso hier so ich wollte eigentlich nicht hier runter aber was soll's haben wir hier noch irgendwo muscheln oder irgendwas was wir mitnehmen können so so okay ja das heißt es wird jetzt eh mehr oder weniger auf morgen zu warten sein so warte 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 holz müsste mir auch noch so viel haben gell hier machen wir mal fünf stück ob die was werden weiß ich nicht weil warte mal bei den blumen wenn ich zwei gleichfarbige hinsetze wird eine gleichfarbige bleiben oder aber es gibt halt voll viel von eieieieiei auch bei den rosen hm ok ja mal abwarten aber was ich nicht verstehe warte mal ich hab blumen achso hier habe ich eh nur eine die blaue habe ich noch gar nicht angepflanzt ne hammer da nur die am pflanzen kann ich die so nicht mehr oder was ist denn das futtergrasbeet dann habt ihr hier was zu fressen hm so aber hier haben wir sonst nur Deko Bade ok ja das müssen wir uns anschauen das müssen wir uns anschauen ok das kommt alles noch da haben wir nichts sonst ok gut dann haben wir noch schnell alles rein ins Inventar das wollte ich nicht so und mit E so genau das können wir das können wir reingeben das wird alles verkauft den gehen wir rein das wird alles verkauft ok gut schauen wir ob wir zuhause noch irgendwas machen könnten das wäre halt nicht schlecht vergrößern Dekoration Dekoration ah das Netz ist für hier ja ok schade eigentlich den Stapel haben wir schon ja ok ja dann belassen wir das bei dem und dann sage ich Dankeschön gute Nacht und bis morgen bis morgen bis morgen